Hallöchen, willkommen zurück hier bei Batman Arkham Origins oder Batman Origins, ne Arkham Origins, ne? Oder? Batman Origins? Ach, ist auch egal, bei Origins. So, und wir sind, wo sind wir denn? Hier läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ja, 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 zum Jezebel Plaza. Ich hab hier alle Dingens gemacht, alle Riddler-Trophäen. Guck mal hier, vom Nygma hab ich hier alle Dinger da bei Coventry. Guck mal, alles erledigt, Mann. Ist denn noch irgendwas? Das Teil hab ich erledigt. Kann ich hier steuern? Nein. Ähm, ich wollte doch mal gucken, was gibt's denn hier noch? Ich kann mal hier hin. Schnellreise zum Coventry District. Ne, das ist ja unsinnig. Ich könnte natürlich jetzt hier irgendwo, wo muss ich denn hin? Ich muss hier oben hin, ne? Hier ist die Jezebel Plaza. Ich muss aber... Ja, da komm ich aber nicht hin, ne? Kann halt sein. Warte mal, Moment, 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 warte mal, wenn ich hier hinlauflug, ich... Ah, ja komm, so weit war's nicht. Ich hole mir eine Buchhaltungslizenz, gründe eine kleine Firma und helfe anderen wie uns legal zu werden. Du wirst all das aufgeben, um Buchhalter zu werden. Mir gefällt's. Die Zahlen, die Tabellen, fühlt sich gut, um Sachen zu organisieren. Hm, ist klar. Wo hab ich hier den... Was ist denn da für eine Markierung? Achso, die, die ich vorhin gesetzt hab. Ich muss aber eigentlich hier hin. Ja. Ist irgendwo da ganz hinten. Ei, ei, ei. Wie soll ich denn da hinkommen, ey? Fucking Nigma. Was hat denn die Aufgabe? Warte mal. Ähm. Kann ich das denn eigentlich sehen? Wo sehe ich denn meinen aktuellen Auftrag? Ja, ich muss zur... Bovary. Bovary ist... Was ist denn das? Ein Wort. Ist gerade gar nicht... Was denn? Mein Cousin hat gerade eine SMS geschrieben. Fragt, ob er heute bei mir pennen kann. Und? Er sollte eigentlich seine 10 Jahre im Blackgate absitzen. Ist er abgehauen? Nein. Er sagt, er wurde von einem Krokodilmann freigelassen. Und dann von einer Riesenfedermaus angegriffen. Ich glaub, dein Krokodil... Ah ja. Na, also ganz ungerecht hat er nicht, ne? Komm ich hier dran, jawohl. So, ach du, Jemini. Was ist denn hier noch los? Tja, die würde ich sagen, muss ich mal... Nee, muss ich mal... Warum ist eigentlich in Gotham immer komplett, wenn irgendwas los ist, dann direkt die ganze Stadt? Die Warten... Wie können die eigentlich... Die schaffen es, die Gauner eigentlich direkt, die komplette Stadt zu übernehmen. Das geht gar nicht. Ansonsten, ich bin jetzt verheiratet und meine Frau will ein Kind. Deine Frau will ein Kind. Ja. Kaboom. Alle, Mann. Du auch. Und tschüss. Ich bin nicht, wenn ich schneller bin als du. Aha. Geniert. Ja, hab da gedacht, ich... Ne, verkackst. Aber nein. Ich hab einfach den Batarang benutzt. Ich bin schneller als du. Oh, geht doch. Nice. Oh, das tut weh. Uh, das tut weh. Das tut weh da. Blaze Comics. Ah, cool. Heh. Lustig. Höre dahin sind noch Gegner. Na gut, komm. Nicht mehr lange. In den Nacken getreten, ey. Kann man ja mal machen. Oh, scheiße. Das geht immer noch nicht. Ich dachte, da hinten sind wir vielleicht mal verbessert. Wenn man gerade ein Ding ins Konter macht. Ich dachte, da lieg ich noch mal im Batarang. Komm mal. Lustig. Sieht man mal, wie viele der dabei hat. So 2.000 bis 7.000 davon. Die ganze Tasche ist voll. Ist hier noch mehr? Oh, da sind noch mehr Gegner. Mein Gott. Das ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Das sagt er mir jetzt, nachdem ich über die halbe Brücke drüber bin. Ah, ne, bin ich noch nicht. Fällt ihm früh ein. Ähm, Greifhakenbeschleunigung. Was? Hallo? Achso, hier muss ich stehen. Hö, hö. Die Nahkampfsituation, was? Ach, beengte Nahkampfsituation. Jaja, das ist mir auch eine beengte Nahkampfsituation. Das hat ein bisschen geklappt. Aber verkackt im wahrsten Sinne. So. Ach, die hauen wir nochmal über den Haufen. Ich hoffe, Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir. Vertrau mir. Ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtribbelt, wird es den Beinersmann erwarten. Keine schwarze Fliederhauskreatur. Kreatur? Hallo? Ich treppel nicht. Ich treppel nicht. Ich habe noch keine Chance. Ich habe mich tatsächlich nicht mehr erwischt. Ich treffe die Tübe jetzt mal rein. Nice. Tschüss. Zeigt mir was. Bam. Oh, was war das? Ach, da ist noch einer. Ich bin schneller. Oh, da ist ein fettes Batman-Zeichen. Ja, da weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Damit man bloß nicht hier, äh, ne, sich verläuft. So, jetzt muss ich mal checken, damit man hier noch schön ist. Visit Jezebel Plaza. Ähm, Batman, Batman, Batman! Warum ist er jetzt runtergefallen? Hä? Was war das denn? Idiot, ey. Kannst du nicht mal laufen hier? Ich bin nur Sheldon Park. Okay, ich muss aber da hin. Das war irgendwie wieder da hoch, ne? Ich bin doch nur hier drauf gewesen, auf dem Teil. Wo bin ich denn von hier runtergefallen? Ja, ich werde verfolgt. Von wegen, ey. Da muss irgendwas. Ah, die Netzwerkrelais, die sind aber noch nicht freigeschaltet. Das heißt aber, ich werde, ne, ich muss ja hier hin, damit ich das komplette Ding in Freischalten kann. Und dann holen wir uns den Pinguin. Auch mal. Kann mich raten, da komme ich noch nicht dran. War ja klar. Sieht lustigerweise irgendwie sehr ähnlich mit, äh, es sieht alles so gleich aus, kommt mir ja so bekannt vor. Nur eigentlich war hier doch mal, ach, der, hä, der Turm steht schon? Ich dachte, ich bin in der Vergangenheit, aber warum steht der Turm dann schon? Achso, hier ist das aber noch Gotham. Genau, hier ist noch hier keine Mauer, deswegen hier ist das noch nicht Arkham. Hier ist das noch nicht abgeriegelt, deswegen, ah, da ist das Ganze noch nicht Arkham City. Ja, 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 jetzt verstehe ich die Story hier. Ich bin quasi noch, das ist nur Gotham City. Gotham City. So, wo muss ich denn hin? Folge dem großen Bett-Symbol. Ist aber auch schön hier, ey. Not really. Wart man sich, wer hat das da aufgehangen? Wie ist der da hochgekommen? Hm. Kommen wir? Ne. Aber die Gegend hier kenne ich noch, die kommt mir so sehr bekannt vor. So, jetzt muss er erstmal in diesen Turm da rein, irgendwie. Gibst du schon auf? Ich kann es dir nicht verübeln. Das ist nicht gerade deine Stärke. Das ist nicht meine Stärke. Muss ich mich verarschen? Nigma, ey. Ich bin alle fertig hier. Was ist hier so wenig los? Wie komme ich in diesen doofen Turm rein? Dann nicht muss durch die Tür. Dann nicht mehr in den Schwerbe in Kraft. Alle Anforderungen müssen in ihrer Krüße bleiben. Melden Sie Verkündigungsplatten. So, die wir uns in den nächsten Punkt haben. Passivbare Einheiten, Statusmeldungen bitte. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Ich hasse diesen Schmäh. Ich hasse ihn. Ach, wie kommt's? Er kommt einfach überall rein. In meine Handschuhe, in Schuhe und Taschen. Und dann schmilzt er und versaut alles. Meine Socken sind glitzchnass. Du musst halt lernen, dich besser einzupacken. Jetzt gibt's wieder Klopperei hier. Doch mir durch allen werde ich auch fertig. Boah. Ich hab mich tatsächlich nicht mehr erwischt. Komm schon. Boah. Nice. Uh. Katsching. In den... Na, halt. Das war das Verbrechen? Da ist noch ein Verbrechen. Wollte nicht verarschen. Hier ist direkt das nächste. Und da drin zu sein. Oder um drauf. Oder oben drauf. Oh, der soll ein bisschen besserer fliegt. Katschern. Katschern. Ich gib euch. Machst du das nur. Indem ich dich einfach verhaue. Oh, der wäre doof. Erledige dich. Ich hab's kapiert. Kann ich jetzt gehen? Mein Gott. Was war das denn? Äh, mit X? Hallo? Ähm. So, jetzt aber. Mein Gott. Auf dem Bruder geht's nicht. Machen wir das weiter. Bam. Nachdem hast du das überlebt gezeigt, ne? Die anderen brauchte ich gar nicht. Na, egal. Wo ist denn hier der Turm schon wieder? Wo ist doch der Turm, ne? Oh, ich muss zu dem Turm. Ja, wir haben aber das falsche. Kommen wir da rein? Ja. Nein, kommen wir nicht. Natürlich nicht. Wo kommen wir denn hier rein? Ähm. Ähm. Jede Menge, ähm. Hm. Wo komme ich denn da durch? Oh, how the hell? Ich muss ja irgendwie hier in den... Jaja, ich weiß, dass ich das erreicht hab. Ich weiß aber nicht, wie ich da reinkomme, du. Horst. Aufspringen kannst du ja auch nix. Irgendwie. Wo kommt man denn da rein, das Ding? Rückschaltfläche, das ist schön. Ist das da hinten? Ne, gar nix. Oh, ich bin gar nicht rum. Da hab ich ihn da auf der Garte. Da unten. Achso, da ist der Typ, den ich grad auseinander genommen hab. Da hinten? Steht irgendwas? Komme ich da hinten? Hab ich da was von? Was ist denn da drüben? Irgendwie ein... Irgendwas. Irgendwie ein irgendwas. Was ist denn da schon? Ein tragbarer Generator. Was macht der? Hier läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Komm mit Hilfe der Schockhandschuhe. Hab gerade keine Schockhandschuhe parat. Das ist der normale. Zum Sandkuchen, das kleine, extra an süßem Geschmack. Lieben Sie Früchte? Probieren Sie KJs Fruchtkonfitüre. Meine Marmeladen sind legendär. Mit extra großen... Ah ja. Aufgepasst haben. Im Frühstück... Alle Geschmack. Benötigen 10 59 in der Rubert 81. Möglicher Code 6. 5 5 bestätigt. Hm. Sehr cool. Ähm, das ist aber eigentlich nicht, was ich wollte. Ich will eigentlich da rein. Wird mir da angezeigt? So, der da. Ich will in den Funkturm, Mann. Wie komme ich in diesen verdammten Funkturm? Da unten könnte ich vielleicht rein. Also warte, ich gehe einfach mal durch die Eingangstür, wa? Das ist von der Idee. Das heißt, Eingangstür, ich guck mal, ob es eine gibt.